Hör noch! Wir können es mir schon vor tun. Wir können es mir schon vor tun. Sie sind nicht nur natürlich für den Regen, sondern auch für den Tag. Wie ist es denn? Het ist geprüft. Die Brille sind blöchig. Er ist nichts für den Regen. Ja, jetzt kann ich...